Hallo, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass viele BNLS Server, also die Server vom Battle.net bzw. eigene private, sehr oft offline bzw. nicht erreichbar sind. Und daher jetzt in diesem Video wird gezeigt, wie sie andere BNLS Server verwenden, statt den normalen JBLS Server, den wir bis jetzt immer genutzt haben. Dazu rufen wir erstmal die Warden auf und schauen uns an, welcher Fehler jetzt überhaupt kam. Können wir die Warden minimieren, damit sie in unserem Tray ist. Jetzt ganz normal den Stealth-Bot öffnen, starten wir zunächst den Bot und wir bekommen eine Fehlermeldung, dass der Server zur Zeit möglicherweise down ist, also nicht erreichbar ist. Disconnecten wir und gehen auf die Settings, jetzt auf Edit Files, Config File. Dort müssen wir jetzt bei dem Set BNLS Server, der momentan ja noch auf jbls.org steht, müssen wir diesen verändern. Dazu rufen wir unseren Firefox auf, suchen in Google nach BNLS Server List. Wir gehen jetzt nach unten auf den foolbot.net. Als Titel ist er genau das, nach was wir gesucht haben, und zwar unseren BNLS Server List. Hier können wir auch schön sehen, welche Server zur Zeit online sind. Das sind in diesem Fall die mit dem Haken. Dann suchen wir uns davon nun einfach mal irgendeinen aus, zum Beispiel den von Distant. Gehen wir jetzt wieder an unseren Bot, beziehungsweise an unser Config.ini. Ersetzen hier den jbls.org durch den Distant.no-ip.org zum Beispiel. Gehen wir auf Schließen und Speichern es ab. Jetzt rufen wir wieder unseren Bot auf, gehen auf Settings, Reload Config und wieder auf Connect. Und, wunderbar, hier sind wir online und können somit diese Offline-Zeiten von verschiedenen diversen BNLS Servern mehr oder weniger umgehen. Okay.